So, lass mal kurz gucken. Toll, weil es kluft. Hm. Ja, dann müssen wir logischerweise die Arnjels Aufgabe-Quest in der nächsten Folge machen. Dauert sonst zu lang hier. Beziehungsweise vielleicht auch am Ende dieser Folge. Wir werden sehen, wie lang diese Folge noch dauert. Ich hab nämlich keine Ahnung, wie lang die Höhle noch ist. Ich seh dich doch. Zumindest deine Schatten. Nee, ist zu weit weg. So weit weg und dann noch bewegen ist schwierig. Hihi. Hiwi. Feinli. Ah. Alter, schaut mal, wie viele das sind auf der Karte. Oben auf dem Kompass. Das wuselt ja nur vor lauter Viechzeug. Oh, der ist es biological. Oh. Okay. Der ist runtergefallen von der Wand. Auch nicht schlecht. Ich glaube, ich habe ihr ins Knie geschossen. Nein! Gut, muss man das Zeug wohl auch noch loswerden. Wo sind die anderen? Na egal. Schädel! Endlich wieder ein Schädel, hey. Wahnsinn. Es hat Äonen keiner mehr gedroppt. Pfeile wiegen ja zum Glück nichts. Schau los! Das Zitin ist auch relativ schwer und wir brauchen es eigentlich nicht. Juhu, es laggt. Ruckelt heißt eigentlich bei Nicht-Online-Spiel. Lag ist eine fehlende oder zu geringe Verbindung zwischen Rechner und Server. Also, hackt quasi am Internet und ruckelt es einfach, wenn der Computer am Spiel zu knabbern hat und ein paar Sachen nachlädt. Ja, Freunde, vielleicht mache ich das heute wirklich mal. Alle Daten sichern. Ich habe nicht besonders viel. Nur halt die Spiele über Steam. Momentan spiele ich nur über Steam. Das ist sehr gut. Das sichert die Daten nämlich zusätzlich online. Manche sogar nur online. und ja, genau. Das ist dann sehr gut. Soma, Skyrim. WoW brauche ich nichts zu speichern. Das wird alles von Blizzard übernommen. Lass mal gucken. Sonst noch was? Nee, ne? Soma und Skyrim. Das war's. Ja, die Vorbereitungen für Legion, also WoW laufen. Dementsprechend nehme ich gerade nicht mehr als drei Let's Plays auf. Wobei das eigentlich auch eine vernünftige Menge ist, sag ich mal. Zu viel ist doof. Zu wenig ist doof. Drei finde ich eigentlich. Drei... Dreimal 20 Minuten am Tag ist eigentlich in Ordnung. Wobei Soma ja nur einmal die Woche läuft, aber Black Mirror kommt ja auch noch dazu. Allerdings habe ich den ersten Teil gerade durchgespielt. Da muss ich also nichts speichern. Nichts sichern. Alles wunderbar. Was sind das Geber da drin? Nee, Chauren. Na, kommt raus. Ekeldinger. Okay. Ja, so wird's laufen, Freunde. Ich weiß noch gar nicht. Vielleicht lasse ich das Adventure Let's Play erstmal weg. Also Black Mirror. Während WoW, also während Legion anläuft. Das weiß ich aber noch nicht. Das sehen wir denn, ne? Das seht ihr dann alles am... Müsst einfach nur bei meinem Kanal aufs Programm gucken. Da seht ihr, was gerade läuft. Oh Mann, so viel Dremerscheiß. Was mal auch, die Zahnräder sind extrem schwer. Mal die mal weg. Man braucht sie eigentlich für nix. Wirklich. Den Dinger nochmal auch mehr als genug. Aber die können wir mal verkaufen. Das ist ganz witzig. Das ist ja ekelhaft. Jeeee. Fühler. Ist ja ekelhaft. Nun. Ja... Okay. Okay. Oh, ihr Lieben, nächsten Monat ist es soweit. Ich bekomme endlich, beziehungsweise ich kaufe mir endlich ein richtig gescheites Stativ für mein Mikrofon. Dann hört ihr die Tastatur nicht mehr so laut klimpern. Es ist nicht so, dass ich nicht schon ein tolles Tolles hätte. Das Problem ist nur, es ist zu kurz. Das Mikrofon endet nicht vor meinem Mund, Fresse, was auch immer. Das Mikrofon endet nicht bei mir, sondern genau über der Tastatur. Ist also echt zu kotzen. Weil das Ding einfach zu kurz ist. Und das, obwohl ich eh schon so einen mickrigen kleinen Tisch habe. Aber das stört das Ding gar nicht. Es ist einfach trotzdem zu kurz. So, das da, das da. Was ist denn da noch? Das Geber, oder? Ne, fall mal. Ich seh' ich nix. Diese hell und dunklen Wechsel sind ekelhaft. Ah, ja. Schamanen. So heißen die Magier bei den Skebern, glaube ich. Denn die haben immer Schamanen-Schlüssel dabei. So, mal einen mitnehmen. Trollschädel! Ich muss mir halt unbedingt die Haare fertig färben. Ich hab' vor, Farbe zu machen. Und hab' gestern schon mal angefangen mit blond. Und jetzt bin ich grad blond, weil die Farbe noch fehlt. Es sieht furchtbar aus. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie furchtbar das aussieht. Weil ich halt auch noch schwarze Augenbrauen hab. Hey, die liegen hier rum. Cool. So. Was haben wir da? Nix. Ein Skelett ohne Schädel. Ey, wir werden noch reich hier an Schimmerpilzen. Vorausgesetzt, wir können sie looten. Looten. Hallo. Geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Geht nicht, geht nicht. Naja, eigentlich doch. Ah, ja, jetzt sind wir hier. Okay. Gegenüber ist es quasi der Höhleneingang. Ich bin hier gerade im Pilzwahn. Ich bin hier gerade im Pilzwahn. Uiuiuiuiuiui. Tollwaldskreuzung. Okay. Ich bin hier gerade im Pilzdal. Ich bin hier geradeestens zwedon.